Hallo ihr, ich stelle euch heute die App Spotify vor. Damit könnt ihr kostenlos Musik streamen oder sie gegen Bezahlung auch offline anhören. Wenn ihr die App öffnet, wird euch eure Musiksammlung angezeigt. Dort könnt ihr euch ganz einfach eine neue Playlist erstellen, der ihr dann eure Lieblingssongs hinzufügen könnt. Ihr könnt eure Songs aber auch sortiert nach Titel, Alben und Künstlern aufrufen. Über das Menü gelangt ihr zur Suchfunktion. Dort könnt ihr nach neuen Songs für eure Playlist suchen. Über die Browse-Funktion könnt ihr Musik aus bestehenden Playlists anhören und in eure Playlisten übernehmen. Ihr habt außerdem die Möglichkeit, anderen Nutzern auf Spotify zu folgen und in deren Playlists reinzuhören. Über die Radio-Funktion könnt ihr im Online-Modus Radiosender anhören, die nach Künstlern oder Genresortiert sind. Wenn ihr die kostenlose Version von Spotify nutzt, könnt ihr eure Musik nur anhören, wenn ihr mit dem Internet verbunden seid. Wenn ihr für die App bezahlt, könnt ihr euch eure Playlisten auch herunterladen und unterwegs ohne Internetverbindung anhören. Mehr Infos zu App Spotify und Näheres zum Datenschutz findet ihr auch im Apps- und Ups-Bereich auf www.handysektor.de. Euch noch einen schönen Tag und bis bald!